pfuuu pfuuu nun an gibt es dann wieder nun an der date schreit da rum und zwar gibt es heute wieder mal jetzt bin ich völlig außer konzept leute heute gibt es ein minecraft christmas battle mit den lucky blocks und zwar ist mit dabei wie ihr schon äh wahrlich gemerkt habt der date scheiß was geht heiii leute was 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 geht und es gibt auch drei opponent mit dem schadenzeit einmal der eagle der hat ein komisches gesicht irgendwie kann man mal machen hier gibt es noch ehren und mevo land und wir werden jetzt hier lang die lucky blocks wir haben nämlich hier was kleines vorbereitet ja und dann gibt es hier eine christmas map wir haben jetzt 10 minuten oder wir werden die jetzt 10 minuten lang abbauen und danach werden wir ganz gediegen ein battle machen und deswegen bleibt auf jeden fall bis zum ende dran und abonniert mich natürlich wenn ihr mehr davon sehen wollt und lasst auf jeden fall einen gediegenen like da und ich würde sagen ich stelle jetzt die zeit und ich gucke einfach auf die uhr und dann geht es jetzt los 3 2 1 und GO! ab geht die post und los 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 ich öffne mal direkt die trawler geblockst weil das sind die besten und ich sterbe mann ich brauch doch gute sachen los geht's ich hab jemand bekommen ok ich öffne mal die trawler geblockst ich hab grad fast gerülpst ich hab ein halbes herz oh geil dass du fast gerülpst hattest würde ich mir auch gerne ich muss hier oh gott renn ich weiß nicht wo es sicher ist ich lebe noch es hat es totes geleckt grad ok leute ich hab noch gelebt oh mein gott wir sind diesmal nämlich auf einer etwas weihnachtlicheren map leute hier drin ist ein weihnachtsbaum war mein weihnachtlich heute ist ja schon der zweite weihnachtsfeiertag wenn ihr das hier seht also weihnachten oder heiligabend ist schon vorbei schreibt mal in die kommentare was habt ihr zu weihnachten bekommen schreibt es mal rein in die comments ähm ich hab ja nicht gefeiert beziehungsweise wenn ihr das gerade seht bin ich äh noch im urlaub deswegen auf Malle ne nicht auf Malle auf Fuerteventura aber das ist ein anderes thema leute ich muss jetzt hier durchziehen und ich muss jetzt ein paar Lackeblocks abbauen hier bam und komm schon da müssen jetzt diamanten drin sein Kinder Bueno Ventura meinst du? was? ah jetzt tötet mich so ein ding da das kann doch nicht sein was hier ist ich brauch jetzt mal diamanten hallo 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 ziehen sie mal bitte ihre Klamotten an hier sind was Kinder hier ist die Yuke explodiert kann es sein? daj überall ja überall hier ähm warum ist hier alles kaputt daj ist das ist 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 auf deinen Mist gewachsen you are going today 3 2 1 ich bin tot geiler typ geiler typ geiler ah gott kuipa ist hinter mir explodiert ja gott nochmal Leute wenn 5 leute auf einem auf einem auf einer map spielen dann geht da dann geht da echt gar nichts mehr finden Achtung nuke 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 nicht dann wieder das kann nicht sein war nur ein prank ach so hat funktioniert ne aber ich wusste es eigentlich weil ein jugendlicher auf dem bildschirm stand aber ich bin trotzdem reingefallen weil ich doof bin aaaaaaah ok sind übrigens auch die christmas dinger dabei daj was hältst du davon oh man for christmas oh gott ein wither ähm ich bin auch christmas wie sie unterwegs aaaaaaah hergott nochmal wer hat diesen wither hat das war ich hergott nochmal wer hat denn hier das echt was hast du heute kommt leider keine folge von der minecraftschule die kommt dann morgen wieder leute deswegen schaltet auf jeden fall morgen wieder ein ähm weil ich ja gerade im urlaub bin deswegen habe ich auch mal ein paar andere videos aufgenommen sag ich mal damit es für euch nicht langweilig wird deswegen gönnt euch auf jeden fall morgen die heutige folge und lasst doch mal einen gedeiht einen gedeihten like da wenn ihr hier mehr von luckyblogs sehen wollt ja das wäre auf jeden fall ziemlich freshy 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 und abonniert ja abonniert ihr könnt ihn natürlich abonnieren da haben wir auch eine mario party folge aufgenommen also das ist kein problem wenn ihr den jungen man abonniert ich muss jetzt aber mal ich brauche jetzt mal irgendwelche guten sachen ja donkey das ist überhaupt nichts mann was macht der typ denn da oh gott TNT kommt vom Himmel TNT hab überlebt deine meinen TNT weißt du Texte TNT ich brauche Diamantin oh nein hier ist TNT will ich schon extrodieren ähm hier geht die ganze Zeit ein Feuerwerk in die Luft ist das gut oder ist das schlecht? oh vielleicht weil es Silvester ist quasi vorher schon böllern die schon das kann ich mir gut vorstellen weil hier die in Minecraft die sind ein bisschen äh früher dran sein in Minecraft werden nicht nur Böller geknallt ich hab so ein äh misslungenes Dasein okay nein ich hab sonst das ist ein scheiß Inventar gute Erkenntnis Nudeln gute Erkenntnis nein mein Inventar war so unerkunden geordnet grad warte und ja ok Gold ok alles klar ja oh Pirko und Äpfel oh 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 geil ich hab Poop im Inventar ah Poop 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 ich hab immer Poop mit auch immer in der Schule ja man ich auch Digga ja Poop ist was ganz tolles ich hab auch immer Poop mit weil damit schmiere ich mich dann immer ein mit weißt? ne ich beschmiere die Toilettenwände damit das ist aber was ganz reines ich schmiere mich vor wichtigen Besprechungen ähm schmiere ich mich immer mit ah NUKE oh Gott nicht schon wieder das kann doch nicht sein oh nein immer diese Nukies hier Nukie Fred Freddy Nukie heißen die oh man Rob the Round Runner man der soll mal eine andere round lang runnen oh Gott mit sieben Leuten machen wir jetzt hier ein Bett Leute jetzt sind nämlich noch zwei weitere dazu gekommen die können jetzt auch noch abbauen und hier mal ganz viel dabei Leute ihr könnt uns gerne auch auf Twitter folgen ne für die neuligsten 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 oder meine NUNNAN App gönnen oh nein oder das ich poste nämlich auch viel im Urlaub poste ich da ein bisschen mehr deswegen geht auf jeden Fall in die NUNNAN App und gönnt euch die nein da unten sind schon die oder auf Twitter für solche spontanen Aktionen oder wie gesagt die NUNNAN App solche spontanen Aktionen 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 Das ist ganz schön hm mam Noonan und hör auf jetzt damit dass nicht wenn ich in deiner nähe bin explodierst du das ist voll gut wawawawawaw ich habe wieder ich habe Foundation Gabriele fulfil fucking awesome I gonna have the day I got 20 dollars in my pocket in my pocket oh my god looking for the same hammer it's fucking awesome ok so nochmal opiergutäpfel oh god wie viel zombies sind denn hier oh god oh god der flash potion oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott okay ich würd sagen diese reihe hier noch diese christmasdinger baue ich noch ab christmas day bam 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 ok ich bin schon wieder in die luft geflogen echt schon wieder ok leute ich will einfach mal sagen wir rüsten uns jetzt noch ein bisschen aus und dann sehen wir uns gleich wieder wenn es das battle gibt und zwar mit 6 leuten ein battle ein ffa battle das wird richtig nice ok bis gleich leute ok leute wir haben uns jetzt ausgerüstet wir sind jetzt hier alle in der arena wir sind jetzt 6 leute in einer arena was hat er für ein langes schwert guck mal an was marvin hier für ein riesenschwert hat heftig also da hinten haben wir haben eigentlich alle die rüstung ich habe jetzt auch noch amuel rüstung und sowas und wir werden jetzt ein battle machen also jeder also der der übrig bleibt am ende hat natürlich gewonnen und wir dürfen alles benutzen haben wir gesagt das heißt es wird ziemlich kritisch ok bist du bereit date wie lang es ein schwert ist ich weiß auch nicht ok warte ich esse mal die pizza 3 2 1 oh warte 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 gooo es geht los oh god oh god da geht es besser vor uns ich geh auf das lange schwert wo ist das lange schwert hier ist das lange schwert hat er nicht so ah ich seh den langen mann gar nicht oh god ist schon jemand gestorben der eagle wurde schon gekillt bist du das hier ich seh dich doch mevo land wurde getötet oh mein gott was ist das für ein battle das epischste battle aller zeiten fast marvin wurde gekillt edwards nein begift mich doch nicht ja voll getroffen ja end battle end battle date komm her hier jawoll deine sache ging kaputt nein ist dein leben beendet nein ich hab als einzige eine op pizza wie ist die op pizza ist die op die die jemand op genannt wurde oh god du hast keine dinge mehr oh god ja ich bin so überschnell eigentlich ist das gut bitte stieg doch ja meine rüstung ist tot oh du bist so asozial meine ganze geile rüstung ist tot was hatte ich dafür ich schlag nur drauf hier ist so hell ich seh dich nicht mehr meine lampen meine softboxen sind so laut was sind so hell ey Junge warum stiegst du nicht hast du op pizza ja hab ich ich hab eine drinnen ja oh toll dann sterben wir niemals ok wollen wir uns einigen dass wir ähm dass wir die effekte klären uns beide so ok ok komm dann da jetzt einfach ohne effekte alles ok und los geht's battle ich steck dir mal eine lange rute in den hals oh ok da hab ich dich oh yeah ich hab gewonnen diese erste battle ok komm dann machen wir noch eine runde die letzte runde machen wir noch eine runde ich tp alle hierher doch das ist memoland hier machen wir jetzt die ganze Zeit Brot raus ist der verrückt Alter vor allem was für einer Geschwindigkeit der Hex ok warte komm dann machen wir das battle dann machen wir das battle noch ich esse ne pizza jetzt wieder hehehe ok 3 2 1 an hä meine pizza ich hab gar keine pizza mehr warte die letzte runde gooo los gehts der kampf beginnt er ist tot igel das tut mir leid ha 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 und jetzt jetzt hier noch Dej oh du bist so assi geh weg man oh god was wird denn hier geballert alter der mit seinem zauberstab man der regt nur auf oh mein god was geht denn mit wem wo er sich nicht mehr fit ok der ist tot der ist tot der ist keine gefahr mehr alter jungen ich will auch so im zauberstab tschüss Marvin es tut mir leid für dich den hab ich da eben gekillt schon oh echt ne ne also wir spawnen hier hast du op pizza ne op goldapfel ey wieso dropp ich jetzt die ganze Zeit Brot hä hä ich auch ach das ist wahrscheinlich von diesem zauberstab lol hä hä wir essen doch jetzt wir brechen Brot wir brechen Brot Hilfe 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 ich esse Brot ich breche Brot ey was im Sinne des Wortes brechen ich schreib jetzt mit Broten ok 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 äh nun n na halt was geht hier ab oh mein god ok irgendwie ist das ein bug hier Leute erklär mal warum das hier so ein bug ist und ich würd sagen das waren 1g äh 1g 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 oder? Ja, okay, komm. Okay. Ich hab gewonnen. Ein Nudon hat gewonnen. Nein, okay, Leute. Das war auf jeden Fall ein richtig nices Battle hier mit dem auf der Christmas Map. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen ganz gedehnen Like da. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Abonniert mich natürlich, wenn ihr es nicht gesehen habt. Oder getan habt. Morgen kommt wieder eine Folge von der Meiko Schule. Schaut auf jeden Fall auch vorbei. Und jetzt auch auf Dage Kanal. Abonniert ihn und gönnt euch die offizielle Nudon App. Und folgt mir auf Twitter. Und drückt auf die Glocke, Freunde. Hashtag Glocke in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Hashtag Glocke, okay, schreibt es mal rein. Hashtag Glocke, dann weiß ich, wer ich bis hierhin geguckt habe. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in einem weiteren Video und tschau, Leute. Schießt mir mein Brot rum, wie mit. Okay, nein, ich sag's nicht. Tschau. Wow.